Die Jungs und Mädels aus Hannover immer wieder zu hören, während Phil Neumann jetzt ein paar Gassen im rechtes 16er-Eck schon. Tor, Tor, was war das denn? Phil Neumann, da ist der Flankentorschusshebergott. Wo kommt der denn auf einmal her? Der läuft aus der eigenen Hälfte los bis zum rechts 16-Meter-Eck und dann setzt er an zur Flanke und es ist aber ein Heber ins lange Ecken. Jetzt Angriffe, Cedric Teuchert läuft an und schießt ihn rein, unten links, da ist die erneute Führung für Hannover 96. 87. Spielminute ist es am Ende geworden, Torschütze heißt mal wieder Cedric Teuchert aus Schützenssicht unten links verwandelt, auch wenn Vostok-Keeper Markus Keuke in der richtigen Ecke war. Bis zum nächsten Mal.